Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten, der Binomialkoeffizient. Was ist denn das? Das sieht nämlich in der Schreibweise so aus. Huch, da kein Bruchstrich, gemerkt. Und gesprochen wird das so, x über y. y und x sind natürlich Platz, also für irgendwelche Zahlen. So, ja, was ist das jetzt? Das ist nämlich per Definition so was, jetzt kommt der Bruchstrich, x-Fakultät geteilt durch y-Fakultät, Klammer auf, x minus y, Klammer zu, Fakultät. Das ist die Definition von diesem Binomialkoeffizient. Dieser Binomialkoeffizient kann natürlich normalerweise euer Taschenrechner, wenn ihr ein aktuelles Modell habt, solltet ihr das können, quasi nicht, könnt ihr ja mit sowas rechnen. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Aufgabe habt wie 4 über 2, Wie wird die dann gelöst, wenn ihr keinen Taschenrechner habt? Dann schreibt ihr hier 4 Fakultät durch 2 Fakultät, 4 minus 2 Fakultät und das ist 4 mal 3 mal 2 mal 1. So, jetzt ist die Fakultät definiert, 2 Fakultät ist 2 mal 1, Klammer auf, hier in der Klammer ist 2, ist 2 Fakultät, so, jetzt kann ich die 2 Fakultät hier so mal, die 2 Fakultät nochmal hinschreiben, komme ich auf 4 mal 3 mal 2 mal 1 durch, 2 mal 1 mal, hier die 2 Fakultät, 2 mal 1. So, jetzt sehe ich schon, aha, diese 2 kann ich mit dieser 2 kürzen, die 1 mit der 1 und diese 1 ist von Haus aus nicht relevant, dann komme ich auf 4 mal 3 durch 2 und das ist 12 durch 2 und das ist die 6. So beredet man ein Bionomialkoeffizient, wenn man keinen Taschenrechner hat. Ich hoffe mein Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Matematik in 5 Minuten.